Ja, servus meine lieben Bugs und Mädels, ich begrüße euch zur Wochenplanung für die kommende Woche. Ja, leider immer noch krank, aber was soll ich halt machen, es muss halt alles irgendwie raus. Ja, wundert euch nicht, dass das Video von heute noch nicht online ist, ist halt alles gerade so ein bisschen stressig für mich. Ich habe halt durch die Tage, die ich jetzt krank bin, nicht viel aufgenommen, höchstens die PVZ-Videos habe ich halt aufgenommen, weil die mussten halt raus. Die hatte ich nicht aufgenommen, weil die wollte ich halt in der Woche aufnehmen, wo ich noch nicht krank war, aber hat nicht ganz geklappt, naja, jetzt muss ich halt dafür sorgen, dass ich ein bisschen was nachproduziert kriege, deshalb kommt das heute alles etwas später. Aber ich denke mal, kriegen wir da auch hin. Gut, wir fangen einfach mal an, und zwar am Montag werde ich den Hockeystar mal wieder spielen, der wurde sich gewünscht, schon vor etwa zwei Wochen. Da habe ich das leider nicht gesehen und da war jemand ganz betrübt und beträufelt und hat gesagt, nicht gespielt, warum nicht gesehen? Dann habe ich mir kommen, dann mache ich den auf jeden Fall jetzt diese Woche. Wie gesagt, ja, tut mir leid, dass ich das nicht gesehen habe, aber ist nicht so schlimm, jetzt kommt er auf jeden Fall halt. So, am Dienstag kommt der gute alte Schnapperding einmal wieder. Ja, eine Klasse, die ich nicht wirklich sehr gerne mag, aber ja, ja, mal schauen, was wir da bereisen werden. Ich meine, hey, das ist halt, das Schnapperding ist zwar echt scheiße, ich mag den zwar auch nicht, natürlich, und das haben auch einige geschrieben, warum sie mir das antun, warum sie sich das wünschen. Aber ich habe den aus gutem Grund halt wieder mal reingenommen, weil der A, erstens kam der lange nicht mehr und B, dachte ich mir, ey, komm, das ist halt auch ein Schnapper, da kannst du bestimmt auch noch was reißen. Daher gucken wir einfach mal, was sich da am Dienstag gegeben wird mit der Folge. Und, äh, ja, schaut doch auf jeden Fall am Dienstag mal reingucken, wie ich mich da geschlagen habe. So, kommen wir zum Mittwoch. Mittwoch kommt immer wieder der Gebirgsjäger, der wurde sich doppelt gewünscht, daher dachte ich mir, komm, dann nimmst du den dann auf jeden Fall mit rein. Weil, äh, ja, Gebirgsjäger ist ja so an sich, eine gute Klasse, die spiele ich sehr gerne, weil, äh, der hat mit unter anderem eigentlich einen sehr guten Eiseffekt, also der Eiseffekt ist relativ gut. Und, gerade solange wie das Magazin ist, äh, brauchst du eigentlich, um denjenigen einzufrieren, daher, ich spiele den auf jeden Fall ganz gut, ich mag den Gebirgsjäger, ich spiele den auf jeden Fall auch sehr gerne und, äh, ja, das noch wie mal zum Mittwoch. Kommen wir zum Donnerstag, Donnerstag kommt, äh, die Plasmaerbse und, äh, mal schauen, was wir mit der Plasmaerbse hinkriegen werden. An sich ist es ja eine sehr gute Klasse, eine Aufladeklasse ist natürlich auch sehr gut. Und, ähm, es gibt ja drei Aufladeklassen und mitunter, würde ich sagen, ist sie doch schon sehr, sehr stark. Also, also von den dreien, die es gibt, würde ich sagen, das ist ja auf dem zweiten Rang, weil der ersten Rang ist halt Zukunftskarakter, die ist meines Erachtens noch mal einen Tacken stärker. Aber, ja, auf jeden Fall würde ich sagen, äh, Donnerstag, Plasmaerbse, wir gucken mal, wir schauen mal rein, ne? Also, ich, mit der Erbsen kriegst eigentlich immer was hin, ne? Würde ich sagen. So, Freitag, Freitag kommt der Standardingenieur. Der Standardingenieur kam schon etwas länger nicht in der Einzelfolge und an sich ist der Standardingenieur auch sehr gut. Ich finde sowieso, Standardklassen werden immer total unterschätzt, die sind sehr, sehr stark, weil, äh, ja, ich denke mal, von den Standardklassen aus werden auch alle anderen Klassen erstellt, von PopCap oder EA jeweils und, äh, von daher würde ich sagen, von denen geht halt auch der Standardschaden einer Klasse halt einfach aus. Und, äh, da es die Standardklasse einfach ist, ja, muss ich nicht viel mehr zu erklären. Ich hoffe, das kam jetzt einigermaßen logisch rüber, hoffentlich. Egal. Krank und so. Bin ein bisschen, egal. Äh, Samstag, Samstag, das Wochenende. Äh, was kommt am Samstag? Ja, am Samstag kommt die Powerblume einmal wieder. Äh, was heißt, was heißt einmal wieder? Die kam etwas länger, glaube ich, jetzt nicht. Die kamen, glaube ich, sehr lange nicht. Bin jetzt gerade meine Liste gerade nicht offen, daher kann ich das gerade nicht sagen. Äh, ach ja, apropos Liste, fällt mir gerade ein. Ich wollte ja eigentlich eine Liste veröffentlichen die Woche, äh, in einem Video, wo ihr mal sehen könnt, was, wie oft schon gespielt wurde. Hab ich jetzt aus dem Grunde nicht machen können, weil ich halt krank bin. Hab ich das jetzt nicht gemacht, äh, weil ich einfach, ja, ich wollte gesund werden, ich wollte nicht allzu viel aufnehmen. Ich war halt sehr bettlägerig und so, deshalb hab ich da nicht viel aufnehmen können. Und, äh, deshalb ist mein Vorrat an Videos auch einfach jetzt aufgebraucht. Deshalb kommt auch momentan irgendwie auch nur so, ja, ein, zwei Videos noch am Tag, weil ich halt wieder nachproduzieren muss erstmal. Und das dauert ein bisschen. Und ich bin halt aber auch noch krank und so, deshalb auch sehr anstrengend, sich vom Rechner zu setzen und so ein bisschen zu zocken und so. Und dann noch einigermaßen was in die Kamera zu erzählen. Man will ja auch anständige Videos abliefern. Und deshalb, sorry, dass momentan so wenig Videos kommen einfach, aber ich denke mal, das wird sich bald wieder ändern, wenn ich wieder topfit bin. So, auf jeden Fall, ja, Samstag, die Powerblume haben wir schon erzählt. Sonntag noch, genau, Sonntag fehlt noch und da kommt auch wieder Standardklasse und zwar, da kommt nämlich der Standard Allstar einmal wieder. Der Standard Allstar ist ja, äh, in, also in den Augen von vielen ist der ja einer der besten Allstars sowieso. Finde ich jetzt persönlich nicht. Ich finde, äh, einen anderen Allstar besser. Oder sogar zwei noch. Äh, er ist, also bei mir ist er auf dem dritten Platz, würde ich fast sagen. Er ist wirklich sehr gut, also da gefallen mir zwei andere Allstars natürlich besser wie der. Aber der ist auch okay, den kann man auf jeden Fall auch zocken. Und ich bin mal gespannt, was wir da machen werden, was wir da hinkriegen werden. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Wochenplanung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr auch nachher beim Video einschaltet. Das leider noch nicht online ist, tut mir leid. Äh, wie gesagt, muss ich alles noch produzieren. Ist halt momentan alles so ein bisschen, hängt alles ein bisschen hinterher. Gut, dann macht's gut. Bis, äh, ja, bis nachher, bis gleich, bis später. Haut rein, bis dann, ciao. bugs. Muito lieber. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.